Snoozelen und Aromatherapie mit ihren tiefgreifenden Möglichkeiten im Alltag und in der Palliativcare. In der heutigen Duftgenussfolge erzähle ich dir über Snoozelen und Aromatherapie und entführe dich in eine Welt, die du vielleicht bereits kennst, sei es aus deinem beruflichen wie auch privaten Umfeld. Wenn nicht, dann mag es fürs Erste ungewöhnlich erscheinen. Wie ungewöhnlich das Thema auch sein mag, es ist es wert, mehr darüber zu wissen, denn jeder Mensch kommt irgendwann in Situationen wie diese. Viele Menschen fühlen sich dann unsicher und meistens ratlos. Also warum nicht in stressfreien Zeiten einmal näher hinschauen? Es erwarten dich Themen wie in welchen Institutionen Snoozelen angeboten wird, die mobile Lösung für Snoozelen, Wie einfach können multisensorische Sinnesreize umgesetzt werden? Welche innovative Möglichkeiten gibt es für die Palliativcare? Das Aromakonzept für Snoozelen mit den vier Duftakkorden. Kann ich Snoozelen in meinem Alltagsleben integrieren und so für mich mehr Wohlbefinden sorgen? Und zum Schluss noch, wie du einfach und selbst einen Anti-Stress-Ball selbst machen kannst. Herzlich Willkommen im Duftgenuss-Kanal. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Barbara Tausch. Ich bin Erwachsenenbildnerin mit zertifizierten Online-Ausbildungen und die Gründerin der TZTM-Methode. Die Methode, um emotionale Ausgeglichenheit und mentale Stärke zu erlangen und auch weiterzuentwickeln. Alle Links zu dieser Duftgenuss-Folge findest du wie immer in der Beschreibung. Ich lade dich herzlichst dazu ein, auch einmal auf meiner Duftgenuss.at-Seite zu stöbern und noch viel mehr zu erfahren. Lasse uns jetzt eintauchen in die Welt der Düfte mit der heutigen Folge Snoozelen und Aromatherapie mit tiefgreifenden Möglichkeiten im Alltag und in der Palliativcare. Wie bereits erwähnt, entführe ich dich in eine Welt, die du vielleicht bereits kennst, sei es eben aus deinem beruflichen wie auch deinem privaten Umfeld. Wenn nicht, dann mag es fürs Erste ungewöhnlich erscheinen. Wie ungewöhnlich das Thema auch sein mag, es ist es wert, mehr darüber zu wissen, denn jeder Mensch kommt irgendwann in Situationen wie diese. Viele Menschen fühlen sich dann unsicher und meistens ratlos. Fragen kommen auf wie, was kann ich tun? Wie gehe ich mit dieser Situation um? Was meine ich hiermit? Wenn wir Menschen mit schwerwiegenden Krankheiten und dem Ende vom Leben im physischen Körper konfrontiert werden, fühlen wir uns meist als erstes in Stresssituationen versetzt. Wir fühlen uns handlungsunfähig und oftmals orientierungslos. Was können wir tun, um in diesen Situationen auch unsere Stabilität der inneren Mitte zu gewährleisten und handlungsfähig zu bleiben? Aus meiner jahrelangen beruflichen wie auch privaten Erfahrung darf ich heute mit Sicherheit sagen, dass ätherische Öle in Form von aromapflegerischen Handlungen mich immer in meiner Handlungsfähigkeit belassen haben. Gezielt durfte ich viele Menschen wie Betroffene, Angehörige und das Pflegepersonal in schwierigen Lebensphasen mit der Welt der Düfte erfolgreich begleiten. Immer auf der Suche nach Möglichkeiten für ein Mehr an Wohlbefinden jedes einzelnen Menschen entdeckte ich vor vielen Jahren Snoozelen. Wie bereits in der letzten Duftgenussfolge erwähnt, kann Snoozelen auch in Situationen wie in der Palliativcare sehr einfach eingesetzt werden. Ich durfte vielfach die Erfahrung machen, wie das Snoozelen-Konzept diesen Menschen Entspannung und auch Erholung schenkte. In einzigartigen Snoozelräumen wurden Menschen von professionellen Snoozeltherapeutinnen betreut. Immer wieder wurde ich von Menschen auf der Suche nach Snoozelräumen gefragt, in welchen Institutionen Snoozel angeboten wird. Die Vielfalt ist sehr groß und wird in der Zwischenzeit weltweit hauptsächlich in folgenden Institutionen angeboten. Altenheime und Alterspflegeheime, Ausbildungsstätten, Kindergärten und Schulen, Behinderteneinrichtungen, Demenzabteilungen, Krankenhäuser, Palliativcare-Kliniken, Psychiatrische Institutionen und Rehabilitationskliniken. Um diesem wertvollen multisensorischen Snoozelen-Konzept nicht nur einen Raum zur Verfügung zu stellen, bedarf es einer professionellen und praxisbezogenen Schulung der Mitarbeiterinnen, um Snoozeln optimal einsetzen zu können. In eigenen Bildungslehrgängen werden hierfür Therapeutinnen aus den weitläufigen Einsatzgebieten geschult. Die meisten Einsatzgebiete von Snoozelen sind basale Stimulation, Ergotherapie, Entspannungstechniken, Krisenintervention, Meditation, Musik- und Gestalttherapie, Physiotherapie, Psychomotorik, Psychotherapie und sensorische Integration. Nicht immer steht jedoch ein Snoozelraum zur Verfügung. Oftmals hörte ich in meinem beruflichen Umfeld, wir finden den Gedanken großartig und würden es gerne für unsere Klientel anwenden. Es fehlt jedoch am Platz. Hierfür gibt es eine einzigartige Lösung. Die mobile Lösung für Snoozelen. Die mobile Lösung ist für mich die perfekte Möglichkeit. Sie ist sehr einfach zu handhaben und ebenso eine äußerst kostengünstige Möglichkeit. Vor allem in budgetarmen Institutionen kann dies eine Chance sein, Snoozelen umzusetzen. So ein Snoozelwagen erinnert mich immer an unsere Verbandwegen im Krankenhaus. Instrumente und Verbandmaterialien fehlen allerdings. Sie werden mit den großartigen Snoozelenwerkzeugen ersetzt und können so Menschen erreichen, die ansonsten keine Gelegenheit hätten, in diesen wertvollen multisensorischen Genuss zu kommen. Wie sieht also so ein Snoozelwagen aus? Diese umfangreich ausgestatteten Snoozelenwegen enthalten die wichtigsten Snoozelwerkzeuge. Und das sind für mich Aromadiffuser, Blasensäulen mit Nichtquelle, Faseroptikstränge mit Lichtquelle, haptische Materialien wie Bälle und Textilien, Lichtspot mit Spiegelkugel, Musikanlage und einem Projektor mit Lichteffekten. In welchen Situationen ist ein Snoozelwagen jetzt besser geeignet als ein Snoozelraum? Mit dem Snoozelwagen kommt man einfach in jeden Raum. So kann er optimal platziert werden. Die integrierte Stromverteilung benötigt nur noch eine Steckdose und schon ist es möglich, in jedem Patientenzimmer eine Atmosphäre von Geborgenheit, Lebensfreude, Ruhe und Sinnlichkeit zu erschaffen. Dieses Mehr an Wohlbefinden eignet sich für alle Menschen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. Und nicht nur das. Denn ich durfte viele Situationen erleben, wo es unmöglich gewesen wäre, einen Menschen in den Snoozelraum zu begleiten. Aus meiner langjährigen Praxis im Gesundheitswesen möchte ich dir hier zwei wertvolle Möglichkeiten aufzählen. Ich bin sicher, dass auch du diesen Schatz, denn diese Möglichkeit zusätzlich bietet, erkennen kannst. Für mich ist die wertvollste Option die Chance, dieses Therapiekonzept Snoozelin in mobiler Form in der Palliativcare anzuwenden. Menschen in der End-of-Life-Phase zu begleiten, ist herausfordernd. Mit diesem Instrument schaffen wir neue Wege für alle, in deren der Situation Beteiligten. Betroffene, Angehörige und Betreuenden wird hier bei einer Gelegenheit geboten, diese letzte Phase des Lebens eines Menschen harmonischer zu gestalten. In Gesprächen mit Angehörigen wie auch von Pflegekräften wurde mir vielfach der besondere Wert vom Snoozelin mitgeteilt. Welche Möglichkeiten kann eine mobile Snoozelin-Lösung in der Palliativcare konkret schaffen? Im letzten Lebensabschnitt eines Menschen wäre es unvorteilhaft, diesen in einen Snoozelraum zu begleiten. Die multisensorischen Sinnesreize können jedoch eine sehr angenehme Atmosphäre für Betroffene und deren Angehörigen schenken. Ein Snoozelin-Wagen kann ideal in einem Zimmer platziert werden und die einzelnen Komponenten so genutzt werden, wie es in der jeweiligen Situation am besten geeignet ist. Die drei Aspekte Duft, Farbe und Musik können besonders hier eine entspannende Situation erschaffen. Die mobile Lösung für Snoozelin kann auch in der Rehabilitation sehr wertvoll sein. Ich erinnere mich gerne an ein Ehebar, wo die Frau an einem Rollstuhl gebunden war. Das Miteinander dieses Paares zeigte sich im Laufe der Zeit zunehmend schwieriger. Aus der Biografie kannten wir die Liebe zur Musik von beiden. In der Rehabilitation waren verschiedene Sinnesreize bewusst von den Therapeutinnen gewählt worden. Der Therapieerfolg war sehr schleppend. In einem Evaluationsgespräch einigten wir uns auf den Versuch von Snoozelin im Raum der Patientin. Diese Idee zeigte uns im Team die faszinierende Möglichkeit der mobilen Lösung auf. Die Patientin wollte es für sich allein nicht nutzen. Ihr Ehemann meinte jedoch, dass er gerne dies mit ihr gemeinsam ausprobieren möchte. Das war die zündende Idee. Das Ehebar genoss ab diesem Zeitpunkt regelmäßige Stunden mit dem Snoozelinwagen. Die Stressfaktoren minderten sich zusehends. Das Wohlbefinden dieser Frau steigerte sich enorm und damit waren auch alle anderen Therapien von vermehrtem Erfolg gekrönt. Von nun an war das Snoozelinwagen immer im Einsatz. Bald war einer allein nicht mehr genug. Wir wurden vor die Frage gestellt, wie einfach können multisensorische Sinnesreize umgesetzt werden. Dieses mobile Snoozelin-Konzept veränderte den Pflegealltag in unserem Haus beachtlich. Es gab Situationen, wo wir zu gleicher Zeit mehrere Snoozelinwegen gebraucht hätten, diese jedoch nicht vorhanden waren. So überlegten wir, wie wir diese Stoßzeiten zu Happy Hours wandeln könnten und kreierten unsere Mini-Sinnesreize-Sets. Diese Sets waren großartig und wurden zu einem fixen Bestandteil in unserem palliativen Aromapflegekonzept. Eine innovative Möglichkeit, die Lebenssituation des chronischen und schwer kranken Menschen in seinem Leben bis zuletzt war geboren. Wie sieht diese innovative Möglichkeit in der Palliativcare aus? Unser Mini-Sinnesreize-Set enthielt folgende Utensilien. Aromadiffuser mit integriertem Farblicht, ätherische Öle der vier Duftakkorde, einen MP3-Bläher mit Kopfhörer und Lautsprecher, haptische Objekte wie Bälle und Stoffe aus unterschiedlichen Materialien. Für die olfaktorischen Sinnesreize verwendeten wir entweder den Hungerduft, den wir aufgrund der Biografie eines Menschen ermittelt hatten, oder die vier Duftakkorde. Wie du den Hungerduft eines Menschen über die Biografie aber ermitteln kannst, zeige ich dir im Zusatzmodul Palliativcare vom Videokurs Aromapflege leicht gemacht. Hast du das Aromakonzept für Snoozelen mit vier Duftakkorden abgestimmt zu den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau bereits für dich ausprobiert? Dieses Aromakonzept besteht aus vier Duftakkorden, die einzigartig auf die Farben Rot, Gelb, Grün und Blau abgestimmt sind und damit ideal mit entsprechender Musik hinterlegt werden können. Diese vier Farbwelten können für jeden Menschen eine ausgesprochene hilfreiche Unterstützung im Leben sein. Im ersten Teil meines Blogartikels zu Snoozelen und Aromatherapie kannst du diese vier Duftakkorde nachlesen. Es ist so einfach anzuwenden, dass ich dir hier die mir oft gestellte Frage, kann ich Snoozelen in meinem Alltagsleben integrieren und so für mehr Wohlbefinden für mich sorgen, ganz einfach beantworten kann. Ja, du kannst ganz einfach das Mini-Sinnesreize-Set, das bei uns in der Palliativcare zum Einsatz kommt, für dich zu Hause richten. Was du dafür brauchst, ist folgendes. Einen Aromadiffuser mit integriertem Farblicht, ätherische Öle der vier Duftakkorde oder du kennst deinen persönlichen Hungertuft. Und eine Musikanlage. Diese drei Aspekte decken die akustischen, olfaktorischen und optischen Sinnesreize ab. In stressbeladenen Situationen empfällt es sich immer, die haptischen Aspekte zu integrieren. Ein einfacher Antistressball genügt hierfür bereits. Vor allem Kinder beruhigt das Kneten von Bällen sehr schnell. Du hast keinen Antistressball zu Hause? So kannst du einfach und schnell einen Antistressball selbst machen. Was du dazu brauchst? Einen Luftballon, Mehl und einen Trichter. Und so wird es einfach gemacht. Du nimmst den Trichter und setzt diesen vorsichtig in die Öffnung vom Luftballon. Nun füllst du diesen mit Mehl auf und machst einen Knopf in den Luftballon. Stress ade! Übrigens kannst du mit diesem Antistressball wunderbar eine duftende Stress ade Mischung nutzen, um so noch schneller und tiefgreifender Stressfreiheit zu schenken. Wie du sinnvoll und sicher ätherische Öle-Mischungen kreieren kannst, zeige ich dir im Aromapflege leicht gemacht Video-Kurs. Mein persönliches Fazit von Snoozelen ist es, dass ich dieses faszinierende Therapiekonzept in so vielen Institutionen der Welt sehen möchte, wie es Institutionen gibt. Gestalten wir doch unsere Zukunft mit mehr Wohlbefinden für jeden Menschen bis zum letzten Atemzug in unserem physischen Körper. Mein Name ist Barbara Tausch und ich freue mich, wenn dich diese beiden Snoozelen-Beiträge motivieren und du das eine oder andere in deinem Leben davon umsetzen magst und deine Erfahrungen vielleicht auch in der einen oder anderen Community mit uns teilst. Schön, dass du bei dieser Duftgenuss-Folge dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Duftgenuss-Kanal und ich freue mich, dich bald wieder in einer Duftgenuss-Folge begrüßen zu dürfen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Duftgenuss-Folge!